so hallo freunde herzlich willkommen zurück bei frostpunk wir spielen immer noch die archen wir beschützen unsere archen es wird ein bisschen kälter das bedeutet wir müssen hier gleich die dampf kerne anschmeißen ich musste gerade selber ein bisschen hier schauen wo wir eigentlich stehen das ist schon ein bisschen her als ich das wieder gespielt habe wir müssen hier auf jeden fall noch zwei automatone in der kohleindustrie einsetzen wir haben aktuell einen eingesetzt und hier ein eingesetzt wir haben jetzt muss ich doch glatt mal schauen wie viel automatone wir eigentlich haben ich glaube einer genau das steht hier der wurde geschrottet von unserem ingenieur der es eigentlich verbessern wollte und der andere die anderen zwei sind ich glaube einer ist hier beschäftigt genau und der andere hier ist niemand eingeteilt das steht aber schon bereit sozusagen und hier ist glaube ich auch noch einer im sägewerk ja da ist auch noch einer okay wir haben unsere leute losgeschickt wir müssen auch noch den südpass oder das neblige tal erreichen wir schauen uns das mal an da ist ein trug zum nebligen tal unterwegs und einer ist zum zerstörten fahrzeug unterwegs die haben ein bisschen was dabei die ein bisschen essen und holz dabei und die doch noch nichts dabei aber wir werden sehen ob da noch was kommt wir sind völlig ja wir haben keinen arbeitslosen wir haben drei automatone und einer ist sozusagen beschädigte der andere weiß ich gern wo ist denn der wo ist denn dann der dritte bitte der dritte bitte der vierte meine ich doch also hier einer ist hier ist einer gerade hier glaube ich ja genau genau beim treibhaus ist noch einer das ist okay müssen wir auch einen haben dass wir das schaffen wir könnten theoretisch ein neues gesetz erlassen wir schauen mal rein ob wir irgendwas haben was uns was ganz gut wäre das duell freundin haus ne das ist alles nichts was gerade sehr sinnvoll wäre wir haben hier einmal den friedhof den haben wir stehen haben wir schon wir könnten auch die bestattungszeremonie einführen dass wenn jemand stirbt dass wir dass das per zeremonie gemacht werden darf ich glaube das könnte wir machen da gibt es lust der hoffnung durch todesfall wird halbiert das werden wir auf jeden fall machen dann haben wir das schon mal vorab erledigt genau so ja jetzt warten wir ab bis die leute da angekommen sind wir können gerade eigentlich gar nichts groß bauen wir uns auf einmal fünf in der behandlung da muss man gleich mal nachschauen ich glaube das ist das speisehaus da ist die sanitätsstation die ist ein bisschen nur kühl ist es möglich die werden wahrscheinlich alle von hier unten kommen denn hier haben wir im stahlwerk hier haben bei den 10 na gut wir werden das mal so laufen lassen und hoffen dass das nicht mehr wird wenn es jetzt kälter wird müssen wir sowieso jetzt die heizung glaube ich die machen wir jetzt an wie sieht es denn mit unserer kohle aus kohle ist okay werden bei endes den heizbereich gehen und alles an machen ob bei minus 40 grad auch das muss man nicht an machen was ist glaube ich die das ist das sägewerk das sägewerk ist vom automaton besetzt und den dampfkern müssen auch noch an machen dann schauen wir mal was passiert bei minus 40 grad wird es noch mal zwei kerne kälter wird in zwei tagen das wird dann noch spaßiger so jetzt wird es erst einmal kälter und jetzt schauen wir uns auch das mal an jeder kern läuft hier ist es langsam sehr kalt in den zelten da sollte man langsam was gegen tun die kampf arena haben wir auch schon was wir auf jeden fall benötigen ist eine weitere technologie ich werde mal sehen welche technologie erforschen wir denn aktuell die baracken okay wir sollten aber auf jeden fall in den nächsten tagen was für unsere archen tun und sieht das gar nicht mehr so glücklich aus die sammelbaren rohstoffe sind außer reichweite okay halten wir kurz an hier es macht natürlich dann keinen sinn hier weiter zu arbeiten ich kann es auch nicht verlegen ich muss das abreißen muss das abreißen und etwas neues erstellen einen neuen bereich erstellen und ich glaube da könnte ich mal so lang den automaton muss ich mal hier schauen den könnte ich so lang hier entschicken und dann werden wir hier noch ein holzfäller bauen bauen wir mal sägewerk nochmal ein sägewerk hier dass wir auch weiterhin die rohstoffe hier bekommen ja das macht nichts eigentlich ich glaube hier wäre super ja eine gute stelle hier bauen wir sind dann hier ist die heizung aus die brauchen auch nicht das ist okay genauso schauen was wir hier die fabrik ist im stillstand ja wir haben auch kein kern und dem ja alles gut so wir haben unsere baracken erforscht sehr gut damit mal schauen was wir als nächstes erforschen jetzt wird es natürlich wäre es natürlich so dass wir auf kohle gehen müssen oder eben noch mehr heizung die effizienz wahrscheinlich reichweite verbesserte heizkörper ist wir auf jeden fall wichtig wir machen jetzt mal stufe 2 so die automaton sind auf dem weg es wird heute nacht abgebaut das sieht gut aus wir haben minus 40 grad und unsere archen sind gerade noch okay wir müssen auf jeden fall die heizung jetzt die sperr sind angekommen kümmern wir uns mal um unsere sperr wir haben das frack eines fahrzeugs gefunden wir können ein paar teile davon retten kohle und stahl wir haben das frack auseinander genommen um materialien zu bergen und dabei versteckte vorräte entdeckt sehr schön wir nehmen alles mit und gehen zum schneefahrzeug würde ich sagen bevor wir zurückgehen und in acht stunden sind wir denn auch an der anderen stelle und dann können wir dann automaton uns holen wahrscheinlich okay so hier ist immer noch kohle das bauen wir hier noch fröhlich ab ist nur wenn die temperatur für zwei punkte sinkt hier dann müsste ich ja eigentlich schon all meine heizungen voll top haben mal gucken ob das alles reicht so aha okay ein großer erfolg sehr das automatum projekt ist abgeschlossen automatone können jetzt günstiger produziert und in einer medizinischen einrichtung eingesetzt werden wir haben gelernt die automatone mit präzisions bauteilen auszustatten so dass sie am zerbrechlichsten objekt arbeiten können das wir kennen dem menschlichen körper außerdem wissen wir jetzt dass wir ein paar unwichtige teile entfernen können automatone kann im medizinischen einrichtung angesetzt werden die kosten von automatonen sinken um fünf prozent okay cool hat er meinen den 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 zerstört hat jetzt muss ich gerade mal schauen medizinische automatone erforscht okay also einen will ich in der holzindustrie gut das ist noch am bauen und einen in der stahlindustrie es ist gerade die frage ich habe noch einen zur verfügung also der hat den wieder repariert oder wie hinein doch hat da wir bräuchten aber noch mal einen für die stahlindustrie und die stahlindustrie ist ja hier und damit kein zur verfügung da müssen wir noch einen bauen dazu brauchen wir aber noch mal einen dampfkern ich das richtig ja also ohne den dampfkern bekommen wir den nicht und dann können die in der krankenstation arbeiten sehr interessant auf jeden fall wir können aber eigentlich den sollten vielleicht noch mal schauen wir hier sind die lager glaube ich rohstoffdepot kohle und stahl wieso ist denn da stahl als depot das ändern wir mal zu essen denn das essen ist gerade ziemlich am anschlag hier und ziemlich zugeschneit hier okay wie dem auch sei wir warten ab bis die forschung durch ist so die forschung ist schon durch wir haben die zweite stufe erforscht und jetzt müssten wir schauen dass wir generatoren die heizung erstmal verbessern dazu brauchen wir holz was wir aktuell nicht haben denn der muss hier erstmal schön arbeiten das muss erstmal aufgebaut werden beheizen wir alle unterkünfte beheizen wir einige unterkünfte würde ich doch sagen wir könnten die dampfstufe 2 machen wir müssten mal schauen wie es eigentlich mit unserem kohleaufwand aussieht wenn ich jetzt hier die stufe 2 die kostet mich wahrscheinlich wahnsinnig viel dann mache ich verlust und wir sollten dann sowieso sobald wir hier holz bekommen sollten wir definitiv gut das haben wir geschafft halte die unterkünfte warm wir starten jetzt die verbesserten heizungen so die späer sind angekommen im nebligen tal es weht kein lüftchen der vorausliegende pfad verschwindet in einem milchig weißen dunst selbst mitten am tag wirkt alles als sei es in zwielicht getaucht wir erforschen das mal sichere passage ein schmaler pfad den wir ausgespäht haben führte zu einem flachland die verschneiten ebenen die wir entdeckt haben scheinen sehr vielversprechend zu sein wir haben bereits ein dutzend orte ausgemacht die eine genaue erkundung wert sein könnten zum beispiel ein zerstörter baum naja wenn das mal alles ist gut wir haben kohle und eisen gefunden jetzt ist es allerdings so wir haben noch keinen wir haben noch keinen dampfkern gefunden guckst nicht gerade ein bisschen wir werden jetzt glaube ich dann noch mal weiter gehen ich weiß die haben schon sehr sehr viele rohstoffe dabei aber irgendwie würde ich halt doch gerne mal ein dampfkern finden das wäre die oberste aufgabe eigentlich dass wir unsere automature bauen können neben natürlich der forschung und dass wir jetzt gleich unsere baracken hier bauen ich glaube wir können das oder erträgliche lebens okay das ist erträglich können wir das hier ausschalten was ist das die sanitätsstation das können wir eigentlich auch ausschalten das kostet uns gerade nur energie warum wenn ich das ausschalten dann schauen wir mal was passiert ganz schön wieder hoch so die späer sind angekommen okay wir gucken uns noch mal um die späer eines der schneefahrzeuge das auf der reise nach norden verloren ging wenn wir es zerlegen würden könnten wir jede menge rohstoffe gewinnen dieses schneefahrzeug wurde aufgrund eines schneesturms von unserer expedition getrennt einige unserer leute befinden sich noch immer darin erfroren wir geben ihnen ein anständiges begräbnis das fahrzeug wurde gebaut bevor der winter kam niemand wusste wie kalt es tatsächlich werden würde alles was wir jetzt noch tun können ist das fahrzeug zu zerlegen um die rohstoffe zu bergen uhr drei dampf kerne natürlich nehmen wir das und dann schicken wir die auch direkt und nicht dahin sondern direkt zurück in die stadt die brauchen wir nämlich ganz dringend die dampf kerne ist aber auch schön hier mit den lichtern damit meine bitrate bricht hier wieder ein aber das ziehen wir durch das let's play hier wir haben immer noch also wir haben keine leute über dass wir sagen könnten okay geht woanders arbeiten wir schauen noch mal nach der kohle denn unsere kohle industrie muss ein bisschen größer werden glaube ich da müssen wir ein bisschen mehr ein bisschen mehr so forschen wir denn nicht ach so weil grad grad nachts ist es ist freizeit leute da wird nicht geforscht man 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 der chef will halt wiederum forschen mitten in der nacht aber wer vielleicht auch sinnvoll ist und nämlich noch kälter naja wir werden mal sehen das heißt wir brauchen auf jeden fall noch mehr kohle dann ist wahrscheinlich ja manchmal frage ich mich welche was das alles für einen sinn macht so und wieso erforscht er immer noch nicht ich will das nicht abbrechen jetzt kommen noch mal tag hier an dass sie es wieder selber es gearbeitet wird na 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 wieso sind die ich glaube dass die heizung auch an ist auch völlig unnötig arbeitet keiner drin das muss ja wirklich nun nicht sein da arbeiten noch welche drin da arbeiten auch noch welche drin aber da bringt die heizung genau 0 so jetzt ist arbeitszeit jetzt geht auch die forschung wieder los unsere leute kehren hier gerade zurück mit dampfkernen und dann können wir unseren letzten automaton bauen oder unsere nächsten automatonen wir werden mal sehen wie viel wir bauen können und wir müssen uns auf jeden fall darum kümmern dass wir genug kohle haben für ja der sturm der denn kommt und hier noch ein bisschen was investieren in unseren generator genau und hier sind auch schön neue baracken bauen basisheizstufe 2 weil es hat was schon 10 stahl wir haben was haben wir nicht wir haben kein stahl genau was brauchen wir denn für die automaton dass wir vielleicht auch noch viel stahl viel holz und kohle ok sollten wir alles hinbekommen ist dahin kohle wird hier fleißig noch gesammelt irgendwann ist das auch alle und dann brauchen wir auf jeden fall etwas das speisehaus ist gerade nicht funktionsfähig das macht aber auch nichts aber wir sollten auf jeden fall unsere leute auch schützen also sollten wir auch diese zelte hier nur wir haben ausbauen zu baracken wenn wir dann das nötige material haben ich bedanke mich fürs zuschauen und beim nächsten mal werden wir mal unsere automatone bauen wenn denn unsere leute zurück sind daher kommen gleich wieder welche an woanders ich pause hier mal wir können auch ein neues gesetz erlassen und das wird alles beim nächsten mal geschehen ich bedanke mich fürs zuschauen dass man leichter schenkt man aber schreibt mir in den kommentare ob es spaß macht